Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich habe ein Problem. Ich brauche ihre Hilfe. Ich liebe Kinder. Ich finde sie erregend. Es muss ihnen absolut klar sein, dass sie zwar für ihre Neigung nichts können, aber sie können was für ihre Handlungen. Ich bin Arthur. Und wer bist du? Markus. Ah, ihr habt euch schon kennengelernt. Das ist mein Sohn Arthur. Und das ist Markus. Vielleicht hast du ja Lust mal zu uns zum Essen zu kommen. Als kleines Dankeschön. Sie müssen sich von allem trennen, was strafbar ist. Sie werden die Orte verlassen, wo Kinder sich aufhalten. Ob ein Kind durch sie zu schaden kommt, liegt allein in ihrer Verantwortung. Genau. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020